hallo und herzlich willkommen zu einem neuen fortnite video und zwar zeige ich euch hier die neuen aufgaben von der woche jetzt zwölf und zwar geht es hier darum scanne einen server bei einem oberwelt zugang so und dafür landen jetzt einmal bei korrel castle so und dann müssen wir dieses versteck sein und mening bunker runter und dann geht sie die treppe rauf gleich um die ecke hier sind zwei server ja und hier ist es leider verbagt das tut es nicht darum zeige ich euch noch einen anderen ort wo es funktionieren sollte dafür landen wir dann in stealthy stronghold da gibt es ja auch diese unterirdischen bunker dann müssen wir rein und das ist genau hier auf der kat wo man sieht mich hat lande in diesem bunker da geht es dann runter so dann gehen wir jetzt hier vorne und rechts in den untergrund gucken so und wenn wir hier runter kommen dann sehen wir schon vorne rechts die tür dann müssen wir rein hier haben wir server neben scheint zu gehen hier geht es dann haben wir die aufgabe erledigt ich hoffe euch hiermit geholfen zu haben schaut auch die weiteren videos es werden noch ein paar kommen es gibt ja noch ein paar aufgaben bis hier erst mal besten dank und bis zum nächsten mal ciao eure sam